Das hier ist unser Saab 931 Baujahr 2002. Als Cabriolet und Aero Ausstattung hat die schönen Aero Spoiler oder Bodykit. Wir haben im letzten Jahr die serienmäßigen Aero Felgen gegen Wegenfelgen getauscht, die unserer Meinung nach ein extrem schönes Design haben. Gibt es übrigens noch, können wir euch noch bestellen. Falls Interesse besteht, einfach mal anfragen. Ansonsten sieht es so aus, dass das Cabriolet seit rund vier beziehungsweise fünf Jahren in unserem Besitz ist und wir schon einiges an Überholungsarbeiten durchgeführt haben. Neues Verdeck hat er auch bekommen im 2019 meiner Meinung nach. Ja, wir finden die Farbe Blau steht dem Fahrzeug extrem gut und ja, der 9.3 hat jetzt rund 210.000 Kilometer runter. Motor wurde überholt bei 185.000 Kilometer. Hat eigentlich alles neu bekommen, was geht. Das Video dazu oder ein paar Ausschnitte haben wir in diesem Timelapse Video. Könnt ihr bei uns auch im Kanal finden. Später kriegt ihr noch ein paar Aufnahmen vom Fahren. So, dann steigen wir mal ein in das edle Gefährt. Wir fahren mal eine kleine Runde. Motor ist warm und ich zeige euch jetzt mal dieses relativ stark laute Ansauggeräusch, was sich in meinen Augen einfach nur schön anhört. Ist doch geil. Einfach nur ehrlich. Ansonsten, ja, auch eine Saab 9.3 Aero. Als Cabriolet nicht die Bombenstraßenlage. Aber trotzdem haben wir hier andere Federn montiert, andere Dämpfer montiert, so dass das Fahrverhalten ein bisschen besser als die Serie ist. Ansonsten gucken wir mal, dass ich euch jetzt noch ein paar Videos zeige von von dem Auto. coercivendi. Abonniert mir da! wie wir das b�pli. Se Reverend Tom Umfimper e accepting das hier. AN Beinen. No, sind wir müssen auch bei uns unsereellen brau, bergativ worden. Bundeslresentiere da! Oder wie du Mouse! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt gleich auf der Autobahn und mal schauen, was das Fahrzeug hier so 100-200 macht. Ich bin mal gespannt. 280 PS hat er, 400 Newtonmeter. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir können hier Richtung Berlin fahren. 14,3 Sekunden. Ich hoffe, man versteht mich. Ich gehe noch mal näher ran. Das werde ich gleich nochmal wiederholen. Und dann schauen wir mal, ob die Zeit bestätigt bleibt. 13,9. Also bestätigt. Sehr schön. Sound darf natürlich nicht fehlen. Ich montiere die Kamera jetzt mal hinten an der Heckpartie und dann kriegt ihr auch so einen kleinen Eindruck, was so klanglich bei dem Saab geht. Und bis später. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich hoffe, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.